Verdrängte Emotionen sind nicht weg. Und da kannst du noch so ein toller Mann, noch so eine tolle Frau sein. Alte Emotionen, die du damals nicht fühlen wolltest oder konntest, sind in dir gespeichert. Das Kernthema im Coaching ist tatsächlich, dass wir diese Emotionen verdichtet haben, weggedrückt haben, zusammengepresst, kontrolliert und dass uns diese Emotionen wann um die Ohren fliegen? In dem Moment, wo jemand deinen Knopf drückt. Warum sind die Emotionen so wichtig? Die will ich doch eigentlich gerade vermeiden. Sag mal ehrlich, können wir die Emotionen nicht rauslassen? Lass uns doch irgendwie ein Mentalcoaching machen, dass es irgendwie besser wird. Warum brauchen wir unbedingt die Emotionen? Tatsächlich sind die Emotionen das, was am deutlichsten wirkt. Und vielleicht kennst du das, du merkst manchmal, da kommt jemand in den Raum rein und du spürst, da ist irgendeine Energie jetzt plötzlich da. Du merkst es auch häufig, wenn jemand unterschwellig wütend ist. Da fällt mir das immer am deutlichsten auf. Der ist wütend, aber der drückt es nicht aus, der sagt es nicht. Und es ist eher irritierend, es wäre wahrscheinlich viel schöner und leichter für uns alle, wenn derjenige einfach sagen würde, was da gerade in ihm ist. Denn spüren tut man es sowieso. Und als Kind noch sehr viel mehr, weil da hat man noch so richtig alle Sensoren im Außen, man spürt alles sehr genau. Deshalb macht es auch eigentlich gar keinen Sinn, immer so zu tun, als ob. Es wäre für uns alle viel, viel leichter, glaube ich, im Umgang miteinander, wenn wir ehrlicher wären, wenn wir das ausdrücken würden, was da gerade wirklich ist. Diese Gefühle, die in einem sind, die immer wegzudrücken, kostet unglaublich viel Kraft. Das kennst du vielleicht auch, wenn du jeden Tag in den Job gehst und du bist eigentlich frustriert und du versuchst, das wegzudrücken. Es ist immer da und es ist immer irgendwie spürbar. Und es legt sich natürlich auch auf deinen Körper. Das heißt, der ist permanent in so einer Grundspannung, als ob er die ganze Zeit versucht, diese Gefühle, die du nicht haben willst, wegzudrücken. Das kostet Kraft. Das kostet Energie. Und besser wäre es, wir würden alle einen Umgang lernen mit unseren Gefühlen, besonders denen, die wir nicht haben wollen, der es uns leichter macht und die Energie in uns im Fluss hält, in den Fluss bringt, statt dass wir ständig irgendwelche Dinge wie so Bälle, die wir unter Wasser drücken müssen, im Swimmingpool, statt ständig die Energie dafür aufwenden zu müssen. Wäre es schöner, wir würden einen neuen Umgang mit diesen Gefühlen erlernen. Aber wir können es auch verstehen, warum es so ist. Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Gefühle grundsätzlich verdrängt werden. Ganz besonders die negativen Gefühle. Aber auch manchmal diese überschwängliche Freude. Da haben wir vielleicht als Kind auch schon Dinge gehört wie, jetzt halt mal den Ball flach. Jetzt machen wir hier nicht zu viel. Muss nicht so laut sein. Was sollen denn die anderen denken? Wie sollen die sich denn fühlen, wenn es dir gerade so gut geht? Wir haben natürlich sehr unterschiedliche Aussagen zu Gefühlen gehört. Doch die meisten von uns haben gelernt, Gefühle, die wir nicht haben wollen, wegzudrücken. Und wenn diese Gefühle tatsächlich weg wären, wäre das unsere Lieblingstechnik. Der Fakt ist aber, dass Gefühle, die du wegdrückst, nicht weg sind, sondern du drückst sie wie in deinen Körper hinein und dort sind sie gespeichert. Verdrängte Emotionen sind nicht weg. Und da kannst du noch so ein toller Mann, noch so eine tolle Frau sein. Alte Emotionen, die du damals nicht fühlen wolltest oder konntest, sind in dir gespeichert. Und ich glaube, das ist etwas, an dem kommen wir nicht vorbei. Sonst würden wir sehr gerne ein Coaching machen, wo Emotionen nicht so eine Rolle spielen. Aber das Kernthema im Coaching ist tatsächlich, dass wir diese Emotionen verdichtet haben, weggedrückt haben, zusammengepresst, kontrolliert. Und dass uns diese Emotionen wann um die Ohren fliegen? In dem Moment, wo jemand deinen Knopf drückt. Ich finde, man kann es auch so gut erklären, wenn du irgendwo hingehst und du hörst plötzlich irgendetwas oder du riechst etwas, dass sofort auch der Körper reagiert und eine Emotion entsteht. Mir begegnet es immer, wenn ich plötzlich Waffeln rieche. Ich erinnere mich an etwas. Mein Körper erinnert sich an etwas und es stellt sich ein Gefühl ein. Nicht nur das Gefühl des Hungers, wenn man gerade Hunger hat, sondern auch so ein Wohlgefühl. So ein Gefühl, das ich damit verbinde aus meiner Kindheit. Jetzt ist es so alles gut und jetzt gönne ich mir was und jetzt bekomme ich etwas Schönes. Waffelzeit, das war immer was ganz Besonderes für uns. Und so kannst du dir deinen Körper wirklich vorstellen wie ein Gedächtnis. Er hat ein Gedächtnis und erinnert sich an Erlebnisse und ruft sofort Gefühle hervor. Da musst du gar nicht unbedingt etwas gedacht haben vorher. Das passiert unbewusst. Natürlich kann auch sein, dass erst ein Gedanke da war wie, oh schön Waffeln, ich erinnere mich an meine Oma oder sowas. Passiert unbewusst und der Körper fühlt etwas. Im Körper sind die Gefühle. Damit drückt er sich aus. Oder wenn ich Kirchenglocken höre, ich weiß nicht, wie dir es geht, dann fühle ich sofort so ein Gefühl von Heimat. Weil wir haben die immer früher gehört, wenn wir bei meinen Großeltern waren, die wohnten in so einer kleinen Stadt in Oberursel und da war direkt die Kirche nebenan. Und sofort habe ich so ein Gefühl von zu Hause. Also das heißt, ich brauche eigentlich nur eine Kirchenglocke und es passiert etwas in mir. Und vielleicht hast du auch so angenehme Erinnerungen. Darüber kann man sich das dann schneller vorstellen oder leichter vorstellen. Und so wie das mit unseren guten und positiven Emotionen passiert, so passiert es leider auch mit den negativen. Das heißt, manchmal ist der Körper an einem ganz anderen Ort, als wir sein wollen. Er ruft was ganz anderes hervor und wir haben es nicht unbedingt unter Kontrolle. Und es ist gut zu erkennen, warum ist es jetzt so? Wo kommt es her? Und was kann ich tun, wenn ich zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch mich plötzlich an irgendetwas Altes erinnere? Da muss nur ein Blick sein, der uns kritisch vorkommt und schon sind wir möglicherweise in einem alten Film. Und dann sind wir gar nicht mehr erwachsen, sondern wir sind vielleicht in der damals 4-, 5-, 6-Jährigen und verhalten uns auch so, ohne das zu bemerken. Wir können auch gar nicht mehr so reagieren, wie wir im Erwachsenen-Ich reagieren würden, weil wir sind im Kinder-Ich. Und wir wollen hier auch an diesem Wochenende mit dir so eine Art Bewusstsein dafür schaffen, dass du dich in herausfordernden Situationen immer wieder mal selber auch vielleicht fragst, wo bin ich gerade? Bin ich noch die Erwachsene oder bin ich gerade ins Kind gefallen? Weil dein Körper unterstützt es manchmal, dass du zurückfällst in alte Muster, weil die noch nicht aufgearbeitet sind. Das heißt, je bewusster dir das wird, je mehr du über dich weißt, je mehr du in dieses Unterbewusste hineinleuchtest mit einem Scheinwerfer und das tun wir an diesem Wochenende, umso bewusster wird dir das und du fällst nicht automatisch rein, sondern du kannst dich immer wieder zurückholen ins Erwachsenen-Ich. Was hast du denn da Schönes gemalt? Ach ja, herrlich. Ich mag es, wenn man das nochmal verdeutlicht an Zeichnungen, weil es optisch einfach irgendwie für mich zumindest besser greifbar ist, vielleicht auch für dich. Das heißt, wir haben angefangen, Emotionen wegzudrücken, weil wir sie nicht haben wollten und weil wir sie vielleicht auch gar nicht aushalten konnten. Damals vor der ganzen Schulklasse, als alle gelacht haben, ich hätte diese Emotionen nicht ausgehalten, so gefühlt. Also hat mein System gesagt, ich greife sie, ich drücke sie weg und ich packe sie weg. Und dann werden sie wie so eingepackt, ja. Und letztendlich haben wir hier emotionale Erinnerungen in unserem Körper. Weil wir gesagt haben, das fühle ich nicht und das fühle ich nicht und das fühle ich nicht. Angst will ich nicht fühlen, Trauer will ich nicht fühlen, Ohnmacht will ich schon gar nicht fühlen. Wut, naja, kann ich vielleicht noch ganz gut fühlen. Und so hat jeder so seine Rangliste von Emotionen, wo er sagt, okay, das kann ich fühlen, aber das geht gar nicht. Und das kannst du dir auch mal kurz überlegen. Was ist denn so deine Rangliste von, das ist noch okay, bist immer schlimmer, wo ich sage, also die Emotion, die geht gar nicht, die kann ich nicht aushalten. Und bei mir ist es Ohnmacht. Ohnmacht ist für mich schwierig. Ich habe inzwischen gelernt, da durchzugehen, aber wenn ich da tatsächlich versuche, hineinzutauchen, ist auch heute noch eine bleierne Schwere, die ich im ganzen Körper spüre. Ich habe heute gelernt, sie da sein zu lassen und mich mit ihr auseinanderzusetzen, anstatt hier ganz dicke Mauern drumherum zu basteln. Und je mehr ich von diesen, ich nenne sie mal, wenn du willst, wie so Handgranaten, ja, wir haben letztendlich lauter kleine Handgranaten in uns. Und in dem Moment, wo jemand deinen Knopf drückt, weil diese Handgranaten, die emotionalen Blockaden, die haben wie so Knöpfe im Außen. Kannst du dir also vorstellen, du hast hier einen Knopf, die sind unterschiedlich groß, und wenn da jetzt einer draufdrückt, dann führt das automatisch dazu, dass sich hier, zack, diese Handgranate hochgeht. Jetzt erinnere dich mal an einen Streit, eine Situation im Beruf, wo plötzlich diese weggedrückte Emotion hochschießt. Dein Chef behandelt dich irgendwie wie Luft. Er drückt also diesen Knopf Ignorieren. Und er führt ganz genau sofort zu diesem Gefühl von Trauer, Ohnmacht, Wut, Schuld, Scham, je nachdem, was bei dir damit verbunden ist. Jetzt wäre es ja toll, jetzt kann man ja sagen, ist ja wunderbar, oder? Wenn ich diese Blockaden nicht haben möchte, dann braucht eigentlich nur jemand vorbeizukommen, meinen Knopf zu drücken und schon ist sie weg. Leider nicht. Sie ist in dem Moment zwar überschwänglich da, wie eben so eine Handgranate, die explodiert. Das bedeutet aber nicht, dass die Blockade weg ist. Die bleibt nämlich. Und das ist das Doofe daran. Du wirst dann vielleicht zukünftig versuchen, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Du wirst versuchen, bloß nicht mehr an dieses Gefühl heranzukommen. Weil es gibt einen Unterschied darin, wie du dieses Gefühl fühlst. Ob es einfach dich übermannt und dann plötzlich da ist und du gar nicht anders kannst, als dass es da ist. Oder aber du fühlst es wirklich mit so einer inneren Bereitschaft. Mit so einem, okay, ich will dieses Gefühl jetzt kennenlernen, weil ich weiß, es wird mich nicht umbringen. Es wird mich auch nicht verschlingen oder mich mitreißen in so einem reißenden Fluss, sondern es ist nur ein Gefühl. Und ich kann es fühlen lernen. Und je mehr ich es jetzt fühlen lerne, umso mehr kommt dieser gestaute Energiefluss in mir wieder in den Fluss. Weil wenn du dir das vorstellst, es sind auch wie so Steine, die in so einem Flussbett liegen. Und die Energie muss immer so drumherum. Und es ist schwierig, denn nicht nur unsere Energie in unserem Körper muss drumherum um diese Blockaden gehen, sondern auch wir unbewusst in unserem Leben gehen um unsere Blockaden herum. Das heißt, wir versuchen immer, bloß keine Angst in uns auszulösen. Bloß keine Angst. Und was bedeutet das, wenn ich bloß keine Angst auslösen möchte? Bloß nicht an dieses Gefühl Angst drankommen. Dann bleibe ich natürlich in meiner Komfortzone. Weil in meiner Komfortzone, da ist es kuschelig, da habe ich auch keine Angst. Da spreche ich den tollen Mann da drüben auf der Straßenseite lieber nicht an, weil ich könnte abgelehnt werden. Und ich frage auch auf gar keinen Fall nach einer Gehaltserhöhung, weil ich könnte ja auf jeden Fall vielleicht abgelehnt werden. Oder ich traue mir das gar nicht zu, weil die könnten mich ja auslachen. Das heißt also, ich umgehe Gefühle in mir, die in mir als Blockaden noch liegen. Und ich gehe dadurch aber auch nicht meinen Weg. Ich gehe nicht mutig in meine Vision, weil ich mir das gar nicht zutraue. Und weil ich ständig in Schlangenlinien um mein Leben herumtingeln muss, um bloß nicht an Emotionen zu kommen, die ich nicht haben will. Jetzt könnte es sein, du hast einige von diesen Handgranaten und einige von diesen Knöpfen. Und um dir das nochmal bildlich klarzumachen, wenn ich hier einen Knopf habe und hier und hier, dann gehe ich durch mein Leben, indem ich versuche, einigermaßen nur, dass keiner diesen Knopf berührt. Und wenn er es dann tut, wenn jemand den Knopf drückt, dann sage ich, er war das Schwein, sie war das Schwein, sie hätte das nicht tun sollen, sie hat es falsch gemacht. Und ich falle zurück in das Opfer und habe das Gefühl, ich kann wieder nichts machen. Die Wahrheit ist aber, dass es dein Knopf war. Ja, der andere hat draufgedrückt und er hat seine Verantwortung dafür und auch seinen Teil an dieser Situation. Aber du kommst zurück in deine Kraft, in dem du bemerkst, dass das, was in dir getriggert wurde, etwas mit dir zu tun hat. Und genau da wollen wir mit dir hin. Es gibt noch einen Grund, warum wir... Ja, weil du kannst... Ich muss unbedingt was sagen. Ja, du musst unbedingt was sagen. Aber du kannst tatsächlich nur so in ein freies und selbstbestimmtes Leben kommen, indem du nicht versuchst, die anderen zu verändern, sondern indem du dich veränderst. Und es ist wichtig, dass wir diese Blockaden anschauen, denn das ist auch der Grund, warum wir manchmal in uns Krankheiten erleben oder entstehen lassen. Weil einfach hier Blockaden sind, die sich auf den gesamten Energiefluss des Körpers auswirken und so stark auswirken können, dass dann irgendwann statt Gesundheit immer mehr Krankheit entsteht. Und auch das ist nochmal ein Grund dafür, dass es sich wirklich rentiert, die Gefühle nochmal anders zu fühlen. Also du merkst schon, wir gehen mit dir in so eine Richtung langsam. Wir wollen dich so ein bisschen auf diesen Weg führen, dass es sich wirklich rentiert, sich mit diesen, ich sag mal, ungeliebten Emotionen in uns auseinanderzusetzen. Und dass sie sowieso immer da sind. Das ist ja das. Wir versuchen, die zwar zu vermeiden, aber die ein oder andere Situation führt uns unweigerlich wieder dahin. Weil das ist auch noch so eine Magie, die das Leben wirklich mit sich bringt, dass du immer wieder herangeführt wirst an deine Themen. Erst in ganz niedrigen Eskalationsstufen und dann in immer höheren und immer größeren, damit du hinschaust. Wir glauben das fest, dass wir in diesem Leben hier auf dieser Erde wirklich auch dazu da sind, unsere Blockaden zu lösen und in dem Leben anzukommen, das sich wirklich sehr selbstbestimmt und frei und fröhlich und leicht anfühlt. Ich glaube, dafür sind wir hier. Und wir haben natürlich auch einige dieser Blockaden mitbekommen von den Eltern, von den Großeltern, über die Gedanken und Glaubenssätze, die sie weitergegeben haben, über die Gefühle, die sie schon gefühlt haben und die wir manchmal auch ein Stück weit übernommen haben, sind wir immer noch in so einer alten Energiewolke unterwegs. Und je mehr wir die ändern und du glaubst wahrscheinlich auch schon zu wissen, wo ich jetzt hin will, denn die Energiewolke ändert sich nur dann, wenn du auch bereit bist, diese emotionalen Blockaden zu fühlen. Also wenn du deine Gefühle bereit bist, wieder in den Arm zu nehmen, so sage ich das mal, wenn du bereit bist, sich mit Angst und der Wut und der Trauer oder der Ohnmacht nochmal anders auseinanderzusetzen. Und da geht es genau um diese Mauern, die wir um unsere Emotionen herumgebaut haben. Wir haben nicht mehr gelernt, diese Emotionen zu fühlen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber ich fühle sie doch. Ich fühle Trauer in meinem Leben oder ich fühle Wut in meinem Leben oder ich fühle Angst. Aber es gibt zwei unterschiedliche Arten zu fühlen. Das eine ist tatsächlich in dieser Emotion anzuhalten und ganz viel Ja steckt in so einer Haltung. Ja, ich bin jetzt bereit. Ja, ich lasse diese Energie, vor der ich große Angst habe. Und diese Angst ist ganz oft die Angst des Kindes, das ich war. Ich erlaube jetzt ganz langsam, aber sicher, diese Wand dünner zu werden und vielleicht tatsächlich dieser Emotion mehr Raum zu geben. Jetzt kommst du vielleicht und sagst, ja, bin ich denn bescheuert? Ich lass doch nicht den Sprengstoff da raus. Das ist doch genau der Grund. Ich habe ihn doch mein Leben lang verdrängt. Aber die Wahrheit ist, dass in einer Handgranate der Sprengstoff nur deswegen so destruktiv ist, weil er so komprimiert ist. Wenn du dir jetzt vorstellst, du nimmst den Sprengstoff einer Handgranate und bläst diese Handgranate auf auf zwei Meter Größe, es ist aber derselbe Sprengstoff drin, was passiert dann? Du ziehst den Splint und es passiert gar nichts. Warum? Weil die Ladung durch Komprimierung entsteht. Und genauso ist es mit deinen Emotionen auch. Wenn ich meinen Emotionen erlaube, einfach da zu sein und sich vielleicht sogar zu bewegen durch meinen Körper, dann werden sie immer leichter, immer weicher und irgendwann entsteht vielleicht sogar ein Energiefluss, der durch dieses Festhalten, durch dieses Nein, durch dieses Komprimieren eben tatsächlich gebrochen war und plötzlich ist es keine Handgranate mehr, sondern nur noch Energie in Bewegung. Und das ist etwas, was man am Anfang nicht wirklich verstehen kann, bis man das erste Mal gefühlt hat. Aber dass eine Emotion, die ich da sein lasse und durch die ich hindurchgehe, dass sie sich verändert, verwandeln kann und dass ich tatsächlich in eine Ruhe komme und plötzlich viel besser durch mein Leben gehen kann, weil ich plötzlich sagen kann, ja, ich kenne meine Angst und die Angst ist nicht weg, aber die Angst ist eine Angst, die sich bewegen kann. Keine Angst, die destruktiv gegen dich oder gegen jemand anders gerichtet ist. Das ist nämlich das Blöde, weißt du, wenn du diese Emotionen nicht fühlen willst, also nicht bereit bist dazu, die durch dich wieder fließen zu lassen, dann werden die immer größer und du hast eine Spezialistin vor dir stehen gerade, die sich zum Beispiel mit Angst sehr, sehr gut auskennt, weil ich wusste überhaupt nicht mit Angst umzugehen und ich habe sie immer weggedrückt, so stark weggedrückt, dass sie dann nachts kamen, dass sie sich dann plötzlich in Panikattacken gezeigt haben, die so stark wurden, dass ich nicht mal mehr raus konnte aus dem Haus. Also ich war quasi wie zu Hause befesselt und wenn ich dann irgendwann mal raus bin, dann habe ich mich betäubt mit Medikamenten, damit ich bloß nicht wieder eine Panikattacke bekomme und in dem Moment, wo ich gelernt habe, dass die Angst nur ein Teil von mir ist, ich also nicht die Angst bin, weil Karin hat auch gerade, sie hat mit dem Daumen hoch, Karin hat gesagt, ja genau, kenne ich, kenne ich und ich glaube, das kennen so viele Menschen von uns, dass die Angst sie übermannt und die Angst übermannt uns nur dann und sie äußert sich nur dann in Panikattacken, wenn wir nicht bereit sind, Kontakt zu ihr aufzunehmen und mir war das damals nicht klar, dass ich das überleben würde. Ich habe gedacht, die wird mich töten, diese Angst, die schafft es dann nicht, aber ich habe gemerkt, okay, in dem Moment, wo ich mich ganz langsam und portioniert ihr zuwende und auch erkenne, dass sie nur ein Gefühl ist und ich stelle mir das immer so vor wie ein Hund, wie vielleicht sogar Lilly, die so ganz freudig, schwanzwedelnd hinter mir herläuft, bis ich ihr endlich Aufmerksamkeit schenke, weil Gefühle wollen nichts anderes von uns. Die wollen uns nicht schaden, die meinen es eigentlich gut, die wollen eigentlich die ganze Zeit nur, dass wir uns ihnen widmen und sie brauchen auch Aufmerksamkeit und Liebe und in dem Moment, wo wir ihnen diese Aufmerksamkeit und Liebe schenken, da legen sie sich quasi wie so ein Hund auch in die Ecke und sind ganz still und das habe ich angefangen zu tun. Ich habe mich mit diesen Gefühlen auseinandergesetzt, ich habe sie langsam gelernt zu fühlen und ich hatte seitdem wirklich nie mehr Panikattacken. Das finde ich wirklich speziell, wenn man das selber mal erlebt hat oder auch mit Trauer, vielleicht ist dein, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Lieblingsgefühl, also das Gefühl, mit dem du noch bereit bist, in Kontakt zu kommen, vielleicht ist das Trauer und wenn man Trauer aber nicht haben will und wegdrückt, dann werden daraus irgendwann Depressionen, genauso wie aus unterdrückter Wut, unter Umständen aus einer Kombi von Trauer und Wut dann eine Depression entstehen kann. Aber die muss nicht kommen, wenn ich bereit bin, vorher hinzufühlen und wenn sie jetzt da ist, dann ist es auch nicht so schlimm, sag ich mal. Ich weiß, das ist natürlich, ich hatte auch Depressionen, ich weiß also, wovon ich rede, aber ich habe gelernt, meine Gefühle zu fühlen und daraufhin verschwand auch die Depression. Das heißt, du kannst ganz viele Krankheitssymptome wirklich verändern, wenn du dich nur deinen Gefühlen widmest. Also wenn das etwas wäre, was Kinder wieder lernen in der Schule, dann wäre unsere Vision quasi schon mindestens zur Hälfte erfüllt. Denn dann müssten Kinder nicht zu Erwachsenen werden, die immer ihre Gefühle versuchen wegzudrücken oder sich ablenken mit Schokolade oder mit sonstigen Dingen, damit sie sie bloß nicht fühlen müssen. Dann würden sie mit sich und ihrem Körper in Kontakt bleiben und würden damit in einem Lebensfluss bleiben und wahrscheinlich gar nicht all die Herausforderungen mitmachen müssen und erleben, die wir alle vielleicht schon erlebt haben. Denn tatsächlich kreieren wir auch Umstände in unser Leben, die mit diesen unterdrückten Emotionen zu tun haben. Und ich weiß, am Anfang hört sich das total, wieso sollte das so sein? Wie kann das sein? Aber du kommst natürlich durch dein Leben, weil die Seele sich Wachstum wünscht, weil diese Blockaden gelöst werden wollen und weil sie auch gelöst werden müssen. Denn es ist nicht das, wie wir gemeint sind. Wir sind nicht als Mensch gemeint, der immer kränker wird, der immer mehr Blockaden in sich trägt, der immer weniger seinen Weg in seine Vision geht. So sind wir nicht gemeint. Wir sind gemeint wie Menschen, die ihr Potenzial leben und in ihr Strahlen kommen. Und das können wir tun, indem wir uns diesen Emotionen widmen. Du merkst, es ist viel vielleicht am Anfang. Du bekommst gerade viel Input. Aber vielleicht kannst du jetzt einfach mal kurz die Augen schließen. Und wenn du deine Augen schließt, spür mal oder reflektier mal, was waren die Emotionen, die du einfach fühlen kannst? Und was sind Emotionen, die du weniger gerne fühlen möchtest? Und was sind Emotionen, die gar nicht gehen? Auf gar keinen Fall. Das ist manchmal gar nicht so einfach rauszufinden. Aber wenn du zum Beispiel jemand bist, der sagt, ich bin nie wütend. Nein, wütend bin ich nicht. Liegt es daran, dass du keine Wut in dir trägst? Oder dass du sie sehr, sehr, sehr gut verschüttet hast, weil du irgendwann gemerkt hast, Wut geht gar nicht. Mein Vater war wütend, meine Mutter war wütend, ich bin nicht wütend. Und jetzt könntest du sagen, ja, das ist doch toll, wenn man die Wut nicht fühlt. Ja, aber was ist, wenn sie verdrückt, ganz tief in dich hineingedrückt wurde, weil etwas drüber liegt und du gesagt hast, das ist gefährlich, dann drückst du Lebenskraft weg. Okay, dann mach die Augen wieder auf und dann fau dir mal wie so eine Art kleines Chart, wo du sagst, okay, die erste Emotion, die kann ich noch ganz gut fühlen. Das ist vielleicht, ich sag mal, Trauer. Das ist bei jedem komplett unterschiedlich. Was ist das nächste Gefühl, das nächste Gefühl und was geht gar nicht? Was sind Gefühle, in dem Sinne sind Emotionen, sind Wut, Angst, Trauer, Schuld, Scham und natürlich nennen wir im Moment erstmal nur die negativen Gefühle, in Anführungsstrichen negativen, weil das sind ja die Gefühle, die wir verdrängen. Bei manchen Menschen kann es aber auch sein, dass sie sagen, ja, aber Glück geht gar nicht. Freude geht gar nicht. Wann könnte das so sein? Wenn du zum Beispiel in deiner Vergangenheit, vielleicht Kindheit, erlebt hast, es ist jemand gestorben und dieses Kind hat das so interpretiert, zum Beispiel ein Geschwisterchen ist gestorben oder die Oma ist gestorben und das Kind hat gesagt, ich darf nicht glücklich sein, weil das passiert ist. Es könnte eine mögliche Verknüpfung sein, die im Gehirn passiert. Wie sieht dein Chart aus? Bei mir steht zum Beispiel hier oben nicht Trauer, sondern Wut. Ich kann sehr einfach in die Wut gehen. Schreib doch ruhig mal in den Chat. Ich liebe ja den Chat. Vielleicht bin ich in Kontakt mit dir. Genau. Schreib dir erstmal diese drei oder vier Emotionen und dann kannst du mal in den Chat schreiben, was geht gar nicht und was ist noch einfach für dich zu erleben. Wut, Ohnmacht, Trauer haben wir hier, Aggression, Wut, Angst, Ohnmacht. Angst vor dem Abgrund, der freie Fall, das ist das Schlimmste. Wut geht leicht. Ja. Wut geht bei einigen, bei mir auch. Wut geht leicht. Dann kommt die Trauer und auch bei mir zuallerletzt kommt die Ohnmacht, die möchte ich auch nicht gerne fühlen. Angst geht mittlerweile auch. Gehört Jethorn dazu? Ja, Jethorn ist ja im Grunde schon die gesteigerte Form so ein bisschen auch von Wut gehört auch dazu. Jawohl. Traurigkeit möchte ich nicht. Liebe geht schwer, auch spannend. Liebe geht schwer. Ja, das ist sehr nachvollziehbar. Das ist bei vielen so. Liebe und Freude geht schwer. Angst und Ohnmacht kommt dann. Wut geht gar nicht. Ohnmacht ist auch schwer auszuhalten. Wenn du also sowas aufgemalt hast, dann könnte es sein, dass dieses Gefühl hier unten etwas ist, womit deine Handgranaten aufgefüllt sind. Dass dort, es könnte das sein, es könnten natürlich auch andere Emotionen sein, aber es ist ganz interessant mal herauszufinden, ja, ich kann nie wütend sein. Das haben wir immer wieder auf Seminaren und wenn du in die Tiefe gehst, wenn man mal schaut, ja, warum ist das denn so? Dann kommen wir ganz oft in einer Vergangenheit an, zum Beispiel, wo der Vater oder die Mutter sehr wütend, sehr jähzaunig waren und das Kind damals gesagt hat, so will ich auf gar keinen Fall sein. Das will ich nicht haben. Und bei mir war es sehr ähnlich. Wut ging damals gar nicht. Heute hat sich mein Chart verändert. Heute steht Wut als einfache Emotion da, aber ich konnte keine Wut fühlen. Ich war immer der liebe, nette Walter, aber gelegentlich bin ich ausgeflippt. Völlig unkontrolliert kam die Handgranate plötzlich zum Vorschein. und ich habe herausgefunden, dass es eine Situation war, die mich dazu gebracht hat, nämlich eine Situation mit meinem Vater, wo ich so in meine Wut gegangen bin und mein Vater hat mich über mehrere Tage einfach ignoriert. Und die Verknüpfung, die ich damals gemacht habe, war, wenn ich wütend bin, dann verliere ich die Liebe meines Vaters. Und das war für mich Grund genug, für die nächsten 20 Jahre Wut wegzudrücken, mich aber extrem ausgeliefert zu fühlen, wenn plötzlich Wut da war oder in meiner Jugend immer wütende Menschen um mich herum waren. Das heißt also, ich hatte Freunde, die waren immer so unterwegs und haben immer irgendwo Streit angefangen und das habe ich gehasst. Ich wollte diese Emotion nicht, weil ich sie in mir weggedrückt habe, ist sie mir im Außen begegnet. Und das ist auch noch ein ganz, ganz spannender Faktor, wenn ich also Dinge wegdrücke, dass ich sie nicht nur in meinem Körper plötzlich vielleicht als Krankheit erlebe, sondern eben auch im Außen. Das heißt also, wie gehen wir denn jetzt damit um? Was machen wir jetzt mit diesen Gefühlen? Wir lernen eine neue Umgehensweise damit und das ist etwas, was wirklich revolutionär sein kann für dich, wenn du dich damit auseinandersetzt, dass du einfach nochmal eine neue Art und Weise erlernst, mit deinen Gefühlen umzugehen. Das heißt, auch das machen wir über Meditation. Da ist es am leichtesten für uns, in Kontakt zu gehen mit Gefühlen. Und tatsächlich ist es auch so, dass diese Gefühle nicht erst jetzt entstehen, sondern eigentlich sind es Gefühle aus der Vergangenheit, die wir immer und immer wieder hochholen durch Situationen, die wir selber mitkreieren in unserem Leben, um endlich diese Gefühle mal fühlen zu können. Also sind es Dinge, die damals entstanden sind, Gefühle, die wir damals entwickelt haben, mit Situationen von damals verknüpft, die wir nicht haben wollten. Und heute als Erwachsener sind wir in der Lage, mit diesen Gefühlen anders umzugehen. Früher hat uns das leider niemand beigebracht, wie das gehen kann. Aber es ist eine bejahende Art und Weise, Gefühle in sich zu fühlen, indem ich sie einfach da sein lasse. Ich lasse diese Gefühle für einen Moment da sein und mache mir das bewusst, dass es nichts anderes ist, als nur ein Gefühl. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich eine Meditation, oder? In der wir das allemal fühlen. Und auch hier entspann dich da wirklich. Und wenn du merkst, es funktioniert jetzt noch nicht so super, dann ist es überhaupt nicht schlimm. In der nächsten Meditation kann es schon ganz anders sein. Wir machen jetzt tatsächlich die gleiche Fühlübung, die wir gerade mit Celine gemacht haben, machen wir jetzt mit dir. Und vielleicht bist du genauso offen wie sie und bereit wie sie, dass du sagst, okay, ja, ich bin mal bereit, diese Emotionen einfach mal da sein zu lassen. Mehr nicht und auch nicht weniger. Wir machen eine Fühlübung. und nach der Fühlübung werden wir uns darüber austauschen, okay, wie war es denn bei dir, wie war es denn bei mir. Aber letztendlich ist es eine Fühlübung, die dauert zehn Minuten. Das ist ganz, ganz einfach. Und die einfache Struktur ermöglicht dir natürlich auch, es wirklich den Widerstand immer mehr herunterzufahren und dann hineinzutauchen. Machst du die? Ich mach die. Gut. Gut, dann schließ mal deine Augen. und wir lassen die Musik so langsam hineinfließen. Es hilft uns manchmal auch, tatsächlich mehr loszulassen. sehr gut. Und jetzt denk noch mal an den Lebensbereich, den Lebensbereich, den du vorhin ausgesucht hast. Denk mal an die Beziehungen, die du hast oder nicht hast. vielleicht ist es Geldprobleme, vielleicht ist es andere Themen, die dich beschäftigen. Wir denken also an das Problem. Und während du an dein Thema denkst, Achte einmal darauf, wie dein Körper reagiert. Der Körper gibt uns die rote Linie vor. Denkst an dein Thema und dein Körper reagiert mit Enge Druck. Und wie bei Celine gerade, es hat sich zusammengezogen, das Herz hat geklopft. Und du schaust mal bei dir, was passiert und wie reagiert dein Körper, wenn du an dein Thema denkst. vielleicht spürst du schon den Druck, die Enge, die Schwere, oder wie auch immer dein Körper jetzt reagiert. Mit Anspannung vielleicht, wenn du an dein Thema denkst. Und dann geh einmal genau zu dem Körpersymptom, zu der Reaktion in deinem Körper, die am stärksten gerade da ist. Der Druck auf der Brust, die Enge im Hals, oder was auch immer sich bei dir zeigt. Geh einmal genau dorthin, mit deiner Aufmerksamkeit. Und während du dort bist, deinem Hals, deinem Bauch, deinem Kopf, wo auch immer sich das Symptom gerade am stärksten zeigt. Spür mal, welche Emotionen wie Angst, Wut, Trauer, Schuld, Scham, Ohnmacht, Wut zeigt sich, wenn du an dein Thema denkst. Genau dort in deinem Körper in deinem Körper. Dann atme weiter. Atme. Wir halten hier, an. Und während du anhältst genau dort in dieser Emotion Trauer, von Ohnmacht, von Wut, von Schuld, von Scham oder einem Gemisch daraus. Versuch einmal, dich zu entspannen. Atme. Und vielleicht spürst du schon, während du dich entspannst, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist, wie sich ganz langsam diese Emotionen ausbreiten kann. Ganz langsam nimmst du die Mauer weg, die dein Nein gebaut hat. Und gehst immer mehr in das Ja hinein. Okay, es darf da sein. Manchmal hilft auch ein Seufzer, wenn du einfach aussäufzt, um besser loslassen zu können. Entspannst dich hinein. Und nimmst die Emotionen dennoch wahr. Es ist wie wenn du in eine heiße Badewanne hineingehst, ganz langsam. Widerstand ganz langsam loslässt. Je mehr du loslässt, umso mehr kannst du durch die Emotionen durchgehen. Sie kann sich ausweiten. Spür mal, wie du langsam, aber sicher die innere Körperspannung ganz langsam senkst. Dennoch bereit bist, all das da sein zu lassen, was da ist. Atmest mit deinem Gefühl, mit deiner Emotion. Erlaubst du dieser emotionalen Schwingung, sich auszubreiten. Sehr gut machst du das. Sehr gut machst du das. Vielleicht ist da noch Widerstand. Vielleicht ist da noch ein Festhalten. Das ist völlig okay. Du machst es so, wie du das möchtest. Aber nimm bewusst wahr, dass du noch festhältst. Und wie fühlt es sich an, wenn die Emotion sich ausbreiten darf? Alles Subtitelung ist, Vielleicht wird es ruhiger, vielleicht wird es weicher, vielleicht macht es dir noch mehr Mut, noch mehr loszulassen. Und dann spür mal in dein Herz hinein, in dein emotionales Zentrum in deiner Brust. Und vielleicht kannst du auch hier loslassen, du atmest ein über dein Herz, atmest aus über dein Herz. Und spürst jetzt vielleicht diese energetische Schwingung aus deinem Herzen. Du schreib es immer wie ein warmes, weiches Gefühl, das sich ausbreitet jetzt in dir, wenn du das möchtest. Und vielleicht genau dorthin fließt, wo du gerade festgehalten hast. Dass dieses warme, weiche Gefühl vielleicht genau die Emotion umarmt. Von Trauer, von Wut, von Angst, von Schuld, von Scham. Und spür, wie sich das anfühlt. Vielleicht kannst auch du fühlen, wie du in dieser Schwingung deines Herzens wächst. Wie du es fließen lässt. Wie du es fließen lässt. Wie du dich ausdehnst. Wie du dich ausdehnst. Vielleicht kannst du diesen inneren Frieden, die innere Ruhe spüren. Vielleicht auch nur einen Hauch davon, die auf dich wartet. Wenn du durch deine Emotionen hindurchgehst, um bei dir anzukommen. Und zu wachsen. Um Ballast abzuwerfen und loszusegeln. Und um endlich mutig deinen Weg zu gehen. Dann nimm dir noch eine Minute Zeit und bade noch einmal in dieser Herzenergie. Tank dich auf. Und du hast dich ausgesucht. Du hast dich aus. Und du hast dich aus. Du hast dich aus. Du hast dich aus. Das hilft es heilt es. Vielleicht magst du, bevor du die Augen öffnest, jetzt schon beschließen, dich nicht zu vergleichen. Nicht in die alte Spirale von, das hätte ich besser machen müssen, da hätte mehr passieren müssen. Das ist die alte Geschichte, die dich immer wieder in die alten Bahnen lenkt. Nein, versuch nochmal ganz klar mitzunehmen, was passiert. Vielleicht hast du auch nur einen Hauch gespürt. Aber es ist wie wenn die Tür einen Spalt aufgeht. Dann ist sie schon einen Spalt offen. Und dann nimmst du ein paar tiefe Atemzüge. Und kommst wieder ganz hierher zurück. Streckst dich, rechst dich nach dieser kurzen Fühlübung. Fühlübung.